So, das ist der erste, absolut erste Take von meiner neuen Green Screen Wand und ich hoffe, man hört den Ton gut und zweitens werde ich nachher probieren, da im Hintergrund etwas einzuprojizieren, das wir dann als Hintergrund hinter mir sehen. Da wünsche ich mir und Ihnen viel Glück. Bis zum nächsten Mal.